Jakobs Söhne Teil 4 der Geschichte von Jakob und seinen Söhnen Jakob hatte zwölf Söhne. Einer von ihnen hieß Josef und Jakob mochte ihn ganz besonders, weil er der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel war. Immer wieder machte er ihm schöne Geschenke, wie zum Beispiel einen wertvollen bunten Mantel. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Er träumte von zwölf Heubündeln. Jedes von ihnen gehörte einem der zwölf Brüder. Im Traum stellte sich sein Bündel in die Mitte und alle anderen verbeugten sich eher fürchtig vor seinem. In einem anderen Traum sah er Sonne, Mond und elf Sterne, die sich ebenfalls vor ihm verbeugten. Als er seinen Brüdern davon erzählte, wurden sie wütend. Und auch sein Vater war nicht begeistert von Josefs Überheblichkeit. Denn es war klar, dass es in beiden Träumen darum ging, dass Josef über seine ganze Familie herrschte. Eines Tages schickte Jakob Josef zu seinen Brüdern auf die Weide, auf der sie Schafe hüteten. Als die Brüder ihn kommen sahen, wollten sie Josef umbringen. Aber der Älteste, Ruben, hielt sie davon ab. Stattdessen warfen sie Josef erst einmal in einen Brunnen und überlegten, was sie mit ihm machen könnten. Als sie noch überlegten, kam eine Karawane mit Sklavenhändlern vorbei. Kurz entschlossen verkauften die Brüder Josef an die Sklavenhändler. Sein buntes Gewand nahmen sie ihm ab, zerrissen es und bespritzten es mit etwas Ziegenblut. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, berichteten sie ihm, dass ein wildes Tier Josef angegriffen hätte und sie zu spät kamen, um ihm noch helfen zu können. Jakob war sehr traurig und trauerte lange um seinen Sohn Josef.